Die Schönheit Sie werden zur Kunst getrieben, durch die Sehnsucht auf Augenblicke wenigstens, ihre geschwächte Persönlichkeit stark, ihre zersplitterte Seele eins, ihr flüchtiges Ich dem ewigen Wandel entrückt zu fühlen. Paris, Köln, 10. Dezember 1908 Welches Leben bietet mehr als eine eingebildete Einheit, wenigstens innerlich? Äußerlich kann sich mit der Zeit eine Einheit der Wirksamkeit herausstellen. Aber innerlich? Wer ist nicht innerlich tausendfältig? Ob er still sitzt oder in der Welt an 20 verschiedenen Orten 20 verschiedene Seelen hat und der Reihe nach in jedem Jahre immer wieder aufleben lässt? Rodaun, 24. März 1907 Für die Älteren war die Seele eine ziemlich klar begrenzte Einheit innerhalb eines Körpers. Für uns ist sie eine unaussprechlich vielfache Vielheit, die ohne scharfe Grenzen in die Atmosphäre übergeht. Daher das Bedürfnis nach ganz neuen künstlerischen Mitteln, um moderne psychologische Konzeptionen auszudrücken. Berlin, 7. Mai 1899 Der moderne Mensch, der sich in der modernen Welt elend fühlte, hat zuerst die äußere Hässlichkeit um sein Glück verklagt. Glaube an Glück in Folge von äußerer Schönheit, ästhetisches Streben. Jetzt versuch eine Reform der Welt in ihrem Kernpunkt, dem auffassenden Ich. Mit derselben Leidenschaft, mit der Rosetti, Ruskin, die Schönheit von außen erobern wollten. Streben nach moralischer Schönheit, moralischer Vollendung. Braucht das moderne Zeitalter zu seiner Bewältigung einen neuen Menschen von neuer innerer Schönheit? Diese Frage bewegt Kessler in seinen Tagebüchern. 30. März 1920 Brissago Eine wirkliche Revolution kann nur gelingen, wenn die Welt auf ganz neue Grundlagen gestellt und gleichzeitig ein neuer Mensch geschaffen wird. Berlin, 10. März 1906 Man empfindet, dass der Mensch, d.h. der grosse Mensch, doch mehr ist als alles, was er aus sich hinausstellen, produzieren kann. Größer auch als die Kunst. Das Endziel ist doch schliesslich der grosse, starke Mensch. Nicht das grosse Werk. London, 15. Juni 1901 Die Aufgabe der Kultur, die der Mensch in ihr löst, immer dieselbe. Was ihn umgibt, in Kraftquellen zu verwandeln. Für seinen Körper, für seinen Geist. Die Welt sich anpassen, sich der Welt anpassen. Dass das Resultat seine höchste Intensität und Mannigfaltigkeit sei. Die zahlreichsten und also die fruchtbarsten Möglichkeiten. menschlichen Seins verwirkliche. So hat der Grieche seinen Mythos verwandelt, sich zur Nahrung durch Rhythmus und Harmonie. Wir haben dieselbe Aufgabe vor der wirklichen Welt, die durch die Wirtschaftsentwicklung furchtbar und seelengefährlich geworden ist. Auf seiner Suche nach innerer Klarheit und Vollkommenheit begegnet Kessler der Antike und Japan. Palermo, September the 29th, 1890 No people has ever had such a consummate sense of harmony as the Greeks. Paris, 3. April 1906 Der Griff nach der Antike ist vielleicht instinktiv ein Reflex des Selbsterhaltungstriebs, im Moment, wo die Fortgeschrittensten merken, dass die Welt, die sie beschäftigt sind, aufzubauen, nicht für sie bewohnbar ist. Athen, 1. Mai 1908 Was denn für uns das Konkrete sei, worum wir Griechenland liebten? Mayol Ich, das Griechentum, repräsentiere für mich eine Weltanschauung, in der alle Gefühle und Gedanken Platz hätten, nichts verbannt und ausgeschlossen sei. Es sei so die umfassendste und freiste Weltanschauung. Hofmannsthal, er oder Goethe oder ich, wir sehnten uns alle nach irgendeiner Form der Gesellschaft, die freier, leichter, reicher an Schönheit sei als die unsrige. Yokohama, 14. April 1892 Was Griechenland einmal war, aber nicht mehr ist, was man in ekstatischer von seiner Schönheit träumt, das ist in dieser, der japanischen Landschaft, zur Wahrheit geworden. Und nicht nur in der Landschaft, im Volke selbst lebt, wo es vom Europäertum noch nicht verdorben ist, eben wie in Griechenland die Zartheit der Empfindung, die die Seele beim schwächsten Hauche der Schönheit erzittern macht, die im einfachsten und kleinsten das Vollendete zu finden weiß. Eine Knospe in einem Stück Bambusrohr, einige Goldstäubchen auf einem Fries von schwarzen Papieren und der Ärmste hat einen Wohnraum, der an echter Schönheit die Prunkgemächer von Versailles und von Potsdam übertrifft. Es geht einem hier, wenn man ein Haus betritt, oft wie bei den griechischen Grabreliefs. Man weiß nicht, warum einem die Seele vor Entzücken bebt, so einfach und unscheinbar sind die angewandten Mittel. Der vollendete Geschmack in der idyllischen Einfachheit ist, was einem in diesen japanischen Häusern immer wieder auffällt. Das Begnügen mit wenigen, das Verschmähen des Zuviel, die Selbstbeherrschung und die vollendeten und natürlichen Manieren auch des gewöhnlichsten Mannes machen aus dem Durchschnittsjapaner ein Wesen, das vom Barbaren unendlich viel weiter entfernt ist wie der grobe, sensationslüsterne Europäer. Wir haben die größere Geistige, die vielleicht auch, obgleich ich das bezweifle, stärkere moralische Kraft. Aber an innerer, wirklicher Zivilisation sind uns die Japaner unendlich voraus. Es ist für das ganze Menschengeschlecht jammerschade, dass wir diese zarte Blume der Gesittung berühren und dadurch zerstören mussten, ehe wir fähig waren, sie für uns zunutze zu machen und sie dadurch überhaupt als ein festes Kapital für die Menschheit zu retten. Immer wieder betont Kessler die Nähe der Natur und der Klassik zur Seele des Menschen. Berlin, 7. März 1901 Ich frage ihn, wie er von der Felde dazu gekommen sei, vor dem Meer zu studieren. Er antwortet, die Rhythme unnidie des Meeres hätten ihn angezogen. Alle Symbolik, alle Bedeutungen des Lebens habe er in den Wellen und Rhythmen des Meeres gesucht. Außerdem habe Japan, die japanische Linienrhythmik, auf ihn gewirkt. Jedenfalls glaube er, dass Schönheit unter jeder Regierungsform möglich sei. Und dass jeder individuell den Kampf gegen die Hässlichkeit aufnehmen sollte. Dann würde man schon etwas erreichen. Capri, 14. September 22 Die Schönheit eines Seetieres, das neulich auf See eine an der unsrigen vorbeifahrende Barke uns anbot, kam mir wieder vor Augen. Es war ein kleiner Hummer. Das Tier hatte in sich, wie in einem Kunstwerk, an dem die Jahrmillionen unablässig gefeilt haben, die ganze Pracht und Üppigkeit des Meeres vereinigt. Ist der menschliche Geist, der mit seinen tausend Farben auch eine Schöpfung der Jahrmillionen ist, wertvoller als die Schönheit dieses Seetieres? Kairo, 13. Juli 1892 Die 5000-jährigen Denkmäler der Menschheit, jetzt fast wie ein Teil der Natur selbst, ragen jetzt aus dieser in ihrer öden Großartigkeit auf. Wenn man bedenkt, was für eine Fülle von physischer Kraft, von technischen Fertigkeiten, von sozialer Organisation und von religiösen und moralischen Anschauungen diese Denkmäler repräsentieren, so ist das Interessante nicht so sehr, dass die Menschheit schon damals solche Werke hatte hervorbringen können, als dass wir nach 6000 Jahren so wenig weitergekommen sind. Eigentlich ist der ganze Felsen unseres geistigen Besitzes schon zur Zeit des Pyramidenbaus vorhanden gewesen. Und wir haben seitdem nur hier und da gefeilt, um das, was damals schon gegeben war, feiner auszuführen. New York, 15. Februar 1892 Nach Bedlow's Island, um die Statue der Freiheit zu besteigen. Einer von jenen frischen, warmen Frühlingstagen, die einem wie Champagner ins Blut fahren. Der Blick auf das unermessliche Häusermeer und die blauen Hügelketten von New Jersey, die sich im klaren Sonnenlicht um die weite, glitzernde Bay lagern, unaussprechlich schön. Warum gibt es nur so wenige solcher Augenblicke im Leben, in denen man fühlt, als müsste man jauchzen und lachen vor Lust am Dasein? Berlin, 10. November 1907 Nachher bei Liebermann gefrühstückt. Ich zeigte Fotografien von Mayols Relief und Jungen. Liebermann fand beide Werke famos, wundervoll. Das finde ich so das Beste, was die jungen Franzosen machen. Ich sagte, wie Mayol jetzt bestrebt sei, der Natur immer näher zu kommen. Liebermann, dann kann etwas Großartiges dabei herauskommen. Von Mayol können sie etwas lernen. Paris, 10. Juni 1907 Er, Mayol, ist jemand außerhalb unserer Zivilisation. Von ihr unberührt wie Adam im Paradies. 25. März 1919 Berlin Die bewegte Welt braucht klassische Naturen. Das Leben in seiner ganzen Intensität und mit allen Sinnen in sich aufzunehmen, ist ein wichtiger Antrieb für Kesslers Schreiben. Jugend und Sinnlichkeit werden bei ihm zu Synonymen für Sinnhaftigkeit und Glück. London, 7. August 1904 Einheit meines Lebens Vielleicht allen Formen der mir erreichbaren Sinnlichkeit nachgehen Missina Taormina 28. April 1908 Wir gingen zu Glöden, den ich seit Jahren nicht gesehen hatte. Mayol meinte nachher, er würde gern im nächsten Winter einige Monate herkommen, um zu arbeiten. Sikor, auf Glödens Fotografien London, 4. Juni 1905 Maxime, es gibt keine hässliche Sinnlichkeit. Alles, was wirklich sinnlich ist, ist schön. Keine sinnliche Gefühlsform oder Handlung ist hässlich oder beschämend. Aber die Jugend und Sinnlichkeit sind deshalb doch der eigentliche Sinn des Menschen. Paris, 27. Juni 1924 Abends Le Train Bleu von Cocteau und Darius Millot Beides märchenhafte Umformungen des ganz modernen Lebens. Sehr bemerkenswert scheint mir, dass die Kunst wieder Mut bekommt zur männlichen Schönheit, namentlich zu der des Körpers von Knaben und jungen Männern. Vielleicht ist die weibliche Schönheit in der Kunst zeitweilig erschöpft, sind neue Formen der weiblichen Schönheit nicht mehr möglich und wendet sich die Kunst daher instinktiv der seit 2000 Jahren brachliegenden Schönheit des männlich-schönen Knabenkörpers zu. Genf, 31. August 1924 Keiner kann alle die in ihm enthaltenen Persönlichkeiten ausleben. Deshalb wird kein Mensch, außer ganz Primitiven, ganz glücklich. Polypsychie des Menschen? Nicht, dass er viele Seelen hat, sondern dass er viele verschiedene Seelen haben könnte. Dass so viele Ungeborene, nie zur Gestalt erwachsene Persönlichkeiten in ihm embryonal liegen, ist seine Tragikomödie. Daher nur der junge Mensch rein, weil die vielen verschiedenen Schicksale noch alle ungetrübt in die Zukunft sehen und hoffen dürfen. Florenz, 1. August 1898 Wie sicher weiss ich, dass ich zu dieser Erde gehöre, dass mein Staub einst in Zweige und Blüten emporwachsen und die stille majestätische Reise durch die Ewigkeit fortsetzen wird. Die Sterne werden in ungezählten Jahrtausenden herabblicken Und auch ich werde noch ein Teil des Alls sein Klein, aber ewig wie Gott Und auch ich habe das Glück gekannt Berlin, 25. März 1896 Die Schönheit ruht wie das Glück in uns selber Die Schönheit ruht wie das Glück in uns selber